Hallo, mein Name ist Christian von Estlin von der Firma 2NE in München. Wir machen aus Autos mit Verbrennungsmotoren alltagstaugliche Elektrofahrzeuge. In der Politik und in den Medien ist oft von Elektroautos die Rede, aber zu kaufen gibt es sie nicht. Noch dazu nicht zu einem Preis, den Sie oder ich mir leisten können. Hier wollen wir Abhilfe schaffen und haben auf Basis des Smart4Two zusammen mit der Firma Icatech in Stuttgart und der Firma Electro Vehicles Europe in Italien ein Kit entwickelt, das den Umbau von Verbrennungs- auf Elektroantrieb in sehr kurzer Zeit ermöglicht. Nach dem Umbau hat der Smart4Two eine Reichweite von ca. 100 km. Aufgeladen wird er an jeder normalen Steckdose, was ungefähr 4 Stunden dauert und 2,50 Euro kostet, wenn sie Ökostrom. Um die Nachhaltigkeit von unserem Konzept zu unterstreichen, haben wir uns entschieden, gebrauchte Autos umzubauen, weil ich mir so schon mal die graue Energie spare, die in die Produktion von den Autos geht. Ein Kleinwagen in der Größe braucht ca. 40.000 Kilowattstunden. Damit kann ich mit dem Auto schon 200.000 Kilometer fahren. 80% aller Fahrten in Europa sind unter 40 Kilometer. Also wozu brauchen wir Autos, die 500 Kilometer weit fahren? Alles, was ich in der Stadt bewältigen muss an Fahrten, in die Arbeit, Besorgung zu machen, ins Kino gehen, kann ich mit dem Auto jetzt heute schon machen. Also es gibt eigentlich keinen Grund mehr zu warten. Die Elektromobilität ist da. Dieses Auto ist erst der Anfang. Wir planen noch einige andere Autos umzubauen, z.B. Autos, die im Lieferverkehr eingesetzt werden können oder in ambulanten Pflegediensten oder eben Autos, wo mehr als zwei Leute reinpassen. Setzen Sie ein Zeichen, werden Sie Teil der Revolution, steigen Sie in die Zukunft ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017